So, zart und saftig machen wir hier weiter mit Resident Evil 2, Episode Nummer 2. Los geht's, viel Spaß. Ich bin hier, Kleine. Bitte sei am Leben. Ich habe keine Eltern. Da drüben. Woher weißt du das? Na, das ist eine Sache, die nicht im Bericht war. Wie ist da draußen überhaupt jemand? Deine Tochter heißt... Meura? Ja. Sie ist tot. Was? So, wie versprochen, machen wir hier weiter bei Resident Evil 2, Revelations. Episode Nummer 2. Ach du Scheiße. Nicht sehr schön. Ist das der Ort? Die Wasis? Was auch immer? Ja. Wo das Leben beginnt. Ach, das ist keine gute Idee. Die kommen auch da rein. Oh, ist das Thompsons? Ja. Ich werde es mir näher anschauen. Oh, Kacke! Geh! Oh, Kacke! Alter! Redfield? Du lebst. Komm schon, steh auf! Ach, da sind ja die Räuber. Du schuldest mir neue Unterhosen. Komm rein. Die neue ist auch okay. Ich wusste, dass sie es war. Musikwünsche? Bloß nicht anmachen. Das lockt nämlich an. Oh, Sack. Da sind ja die Räuber von Episode 1, ey. Ach, guck mal an, ey. Geil. Geil. Gefällt mir. Wir sind mitten im Wald aufgewacht. Und ihr? So eine Art runtergekommenes Gefängnis. Gabe. Gina ist tot. Ach, scheiße. Thompson ist auch tot. Ja, aber ich habe seinen Arm reich. Eddie hätte gewollt, dass ich rausfinde, wie er funktioniert. Du hast echt seine Hand abgehackt? Manchmal muss man schwere Entscheidungen treffen. Komm, sehen wir uns im Gebäude um. Ich habe ja voll die dicken Knarren hier, ey, geil. So, da wäre, äh, wenn wir uns hier mal umgucken. In das kleine Haus hier. So, hier haben wir schon mal erstmal nichts. Jetzt sind wir hier irgendwo, ähm, ja, gute Frage, wo wir hier sind. Die ist nämlich voll, voll, voll. Hm. Kann man damit umkomponieren? Ja, können wir. So, dann können wir das nämlich einsammeln. Das können wir zerschlagen. Dann können wir den Scheiß mitnehmen. Hochvoll. Oh, 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 oh. Willkommen am Abgrund, Fahrerfried. Die Aufseherin. Was wollen Sie? Ich muss euch das Labyrinth scheußen und sehen, wer wieder herauskommt und wer nicht. Labyrinth. Das Labyrinth ist in diesem Fall ein besonderes Virus, das ich jedem von euch injiziert habe. Ein was? Sie haben was? Wir werden alle sterben. Da besteht kein Zweifel, aber einer von euch hat noch die Chance, gut zu sterben. Ich bin keine Laborratte. Das kann sie sich in ihren aufsehenden Arsch schicken. Aber wir wurden mit etwas infiziert. Sie hat eine Nadel in mich gesteckt. Denk einfach nicht drüber. Oh, der kann mal rein. Nein, mach doch nicht mal. Nein, nicht. Lass doch zu. Komm. Ey, ist dir bescheuert? Mach der das auf, ey. Ich muss dir da drüben was zeigen. Na, ist ja schön, dass er mir was zeigen wird. Ich hoffe, Fischer geht's gut. Neil? Neil war bei euch? Ja. Wir wurden auf dem Weg hierher getrennt. Oh, und jetzt? Hubschrauber. Ey, ich werde gekloppt. Glaubst du, du kannst ihn fliegen? Wenn er repariert ist. Aber er hat nicht genug Saft. Er braucht eine neue Batterie und Treibstoff. Ach du Scheiße. Genau was wir brauchen in diesem Scheißhaufen? Nach meiner Erfahrung ja. Hilf mir suchen. Finden sie eine Batterie und Treibstoff. Ach du Scheiße. Treibstoff und eine Batterie. Wer? Wir sind nicht allein hier draußen. Na, würde ich sagen, schauen wir uns mal hier um. Die kommt doch hier ran, oder? So kleine Hände. Ne, doch nicht. Ach, verdammt, ey. Na, dann müssen wir hier mal rumschauen. Eine Batterie und Treibstoff. Claire, das Licht brennt in dem einen Haus. Bleib mal locker. Hat er mal. Ich muss sie erst mal selber abschecken, auch nicht. Na, hoch zu, ey. Verdammt. Oh, was war denn das, ey? Oh, Mann. Wir schauen hier mal am Strand, aber hier wird eine Schlinge, ey. Ne. Was hat denn er da in der Hand? Oh, wie ist denn er drauf, ey? Guck nach, ob drin was brauchbares ist. Na klar, und dann lasse ich mich abstechen, ey. Äh. Oh, ne, ey. Sechs Seiten, ey. Ne, anders mal. Äh, brauchbares. Äh, brauchbares. Hm. Hier ist ja nichts. Oder ist hier irgendwas, ey. Das bloß das Schreibkram. Hm, hieß da ja auch nichts. Sehr doof. Ja, das ist doch das Eins, ne? Hm. Ne, du, da ist weiter nichts. Muss ich mal weiter gucken, hier. Ah, Sackkasse, ey. Scheiße. Ah, hier haben wir was. Glaubst du, Petro kommt mit seinem Bohrer da durch? Finden wir es einfach raus. Ja, wo bleibt er? Danke, Herr, ey. Ja, wie kriegt den Typ jetzt da hin? Ach, du Scheiße, ey. Wir könnten deinen Bohrer jetzt gebrauchen. Bereit für ein paar Abrissarbeiten? No problema. Zeig mir nur, wo es lang geht. Nee, komm mit, du Penner. Hier lang wartet. Hier, warte ich mal durch, ey. Ey, wo ist denn der? Komm mit, man. Ist ja auch nicht laut. Oh, boah, mal schneller, boah, schneller. Scheiße. Scheiße. Okay, wir sind drin. Danke dir. So, Muition. So, hier ist eine Püste. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal spritzig zu Ende und machen dann spritzig in der nächsten Runde weiter. Bis dann.